Innovativ, anwenderfreundlich und umweltgerecht, so präsentieren sich die hochwirksamen Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate des Traditionsunternehmens HWR Chemie. Kunden nutzen eine einzigartige Produktrange, die den Werterhalt von zu reinigenden Objekten und Flächen garantiert. In der Hotellerie und Gastronomie, in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Krankenhäusern, Seniorenheimen sowie in der gesamten Industrie kommen ergiebige Spezialprodukte von HWR Chemie zum Einsatz. Die Hightech-Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen sind, so weit wie möglich, biologisch abbaubar und werden auf der Basis nachwachsender Rohstoffe produziert. Ein versiertes Laborteam entwickelt optimale Rezepturen für nachhaltige Reinigungsergebnisse. Alle Rohstoffe werden, neben ihrer Wirksamkeit, nach ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt. Hochkonzentrate schonen die Umwelt, da wesentlich weniger Transport anfällt und der Abfall dadurch auch enorm reduziert wird. Die Produktion effizienter, umweltschonender und anwenderfreundlicher Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate erfolgt chargenweise. Misch- und Emulgierverfahren werden nach strengsten Qualitätskriterien ausgeführt, bevor die Konzentrate in Flaschen, Kanister, Fässer oder Container abgefüllt werden. Bis zu einem umfassenden Sortiment an Wartungsprodukten und Zubehörteilen wie Dosierhilfen und Anlagen oder Spendersystemen reicht das Portfolio des Spezialisten. Kunden profitieren von den Reinigungstalenten der HWR Chemie sowie von einem Vertriebskonzept, das Leistungsstärke beweist. Fachgeschulte Außendienstmitarbeiter garantieren den persönlichen Kontakt zu Kunden mit einer exzellenten Beratung und Betreuung. Einschließlich detaillierter Produktbeschreibungen bietet HWR Chemie ein Rundum-Sorglos-Paket, welches höchste Ansprüche erfüllt. Rund 180 Produkte für die gewerbliche und industrielle Reinigung werden unter der inhabergeführten Leitung der Familie Weghofer nach einem zertifizierten Qualitäts- und Umweltmanagement produziert, gelagert, transportiert und innerhalb von 48 Stunden im Direktvertrieb geliefert. HWR Chemie – Ihr Partner für sichere Hygiene, umweltschonende und anwenderfreundliche Reinigung sowie für eine nachhaltige Zukunft.